Herzlich Willkommen in der Metzgerei Dockwiler. Bei uns finden Sie garantiert die besten Wurst- und Fleischwaren. Die Metzgerei Dockwiler an der Zürichstrasse in Luzern ist ein traditionsreicher Familienbetrieb, der bereits in der vierten Generation geführt wird. Unsere Spezialität sind Wurstwaren. Über 17 verschiedene Eigenkreationen produzieren wir heute selbst. Unser fachkundiges Personal ist zuvorkommend und geht gerne auf Kundenwünsche ein. Das Sortiment ist groß und reicht von Wurst über Fleischwaren und Fisch bis hin zu Brot, Bio-Gemüse sowie warmen Mittagmenüs. Die Speisen können dank eigener Parkplätze hinter dem Haus bequem abgeholt werden oder sie lassen sich ihre Waren von unserem Hauslieferdienst bringen. Die Metzgerei Dockwiler ist den Luzernerinnen und Luzernern bestens bekannt. Nicht zuletzt wegen der Kundennähe, die der diplomierte Metzgerei Dockwiler immer wieder sucht, beispielsweise auf der Luzerner Herbstmesse im Inselike. Freundlich, vielseitig und lecker. Meine Götti macht halt einfach die besten Wurst. Hmmm! Ich hab die Götti gemacht! Ich hab die Götti gemacht.